Absurd, liebe CDU. Es ist so bekloppt, liebe Freundinnen und Freunde. Einfach nur politisches Kalkül dieser Partei. Instagram-Kanal CDU Deutschland, 16.02.2022. Zitat, wir merken es alle jeden Tag. Strom, Lebensmittel, Tanken, Wohnen, alles wird teurer. Wir fragen uns, kriegt die Bundesregierung das eigentlich mit, was in unserem Land los ist? Statt zu handeln und für Entlastung zu sorgen, streiten sie sich über die Ursachen des Preisanstiegs. Liebe CDU, ihr seid maßgeblich mitverantwortlich für die gesellschaftspolitischen Entwicklungen in diesem Land. Ihr habt fast immer mitregiert. Ihr seid aktuell in zehn Landesregierungen. Jahrzehntelang steigende Preise, Schwächung der Kaufkraft, Inflation, fehlende faire Reallöhne und die Schere zwischen Arm und Reich haben dazu beigetragen. Eure schlechte Politik hat dazu beigetragen. Wir brauchen einen Lastenausgleich der zehn reichsten Prozent für die anderen Menschen. Eine Entschuldung der verschuldeten Bevölkerung, eine gleichmäßigere Verteilung von Vermögen und Einkommen. Einen würdigen Mindestlohn gekoppelt an die Inflation. Wir brauchen eine humane Sozialwirtschaft.